Das soll jetzt beeindrucken, oder? So, jetzt werden dann alle bis auf der Panzer her Den holen wir uns auch noch kurz Dann werden wir uns auch noch kurz Father Guerra, Father Guerra, answer me! Father! Father, where are you? would I? Just have the church Church Come on! God, come on! Father, we're gonna have time. Ma'am nicht so high dass du hierIO But you can't stay here. Best for you is to get down with God And you will get so good to see you I need one of you from here and set you up Also diese Blackwatch-Töcken, die achten auch gar nichts, die haben eine Kirche angegriffen und, naja, ich weiß nicht. Ich glaube, selbst im Weltkrieg wurden Kirchen verschont, weil, naja, das ist einfach eine moralische Sache. Ich denke mal, es gab zwar in Kirchen noch irgendwie Ausnahmen, aber meines Wissens nach wird es, glaube ich, meistens geachtet. So. Sehen wir uns das hier mal an. Ich muss mal doch wieder jagen. Ist ja nicht weit. Und das war auch schon der Stanley-Kater. Das war's. Das war's. Die Jagdziel abgeschlossen und die... äh, ich denke, wurde jetzt angenommen, die Mission, die folgende. Ach, ne Absturzstelle. Mal sehen, was da zu tun ist. Sieht ungut aus. Diese Patrouillenpläne darf ich jetzt einsammeln, dafür ist natürlich jetzt längste Zeit. Ist doch klar. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Das war dann der letzte, zum Glück. Eine neue Mutation. Eine defensive Mutation. Das macht man doch nochmal allgemein die Gesundheit hoch, das kann hier nie schaden. Man hat ja gesehen, wie schnell man hier drauf gehen kann. Und dann auch gleich noch ein Level Up. Perfekt, Gesundheitsleiste regeneriert sich jetzt auch noch schneller. Okay, dann machen wir noch eine Mission. Okay. Vyper 1-2. Komm in, Vyper 1-2. Hm, better get on my Vyper 1-2 soon. Vyper 1-2, this is Checkmate. How copy? Checkmate. Naja, schon ein bisserl ironisch. Naja, er hat jetzt Heller hier verwechselt. Und, naja, mein Auftrag ist es, diesen Dr. Bellamy hier aus der Reichweite von Heller zu bringen. Wird schwer, wenn man hier selber heller ist. Vyper, this is Vyper 1-2, about to arrive for Egghead Taxi Service, over. Job is out, Vyper 1-2. Go slow this time, we don't want to be A-King in the cab again. Vyper 1-2, das ist Vyper 1-2, contact with Unknown Hostile. Roger that 1-2, intermogative. Zuhu. Was ist das meine Reise, die gerade rief? Helikopter EFAC ist nicht funktionierend. Red Spell, need an Armour transportieren. Und trotzdem kommt er noch weg. Und trotzdem kommt er noch weg. Oh mein Gott, Hustle just ripped our rockets off. Repeat, Hustle... What's going on out there? Let me see. Sit your ass down, Doc. Why didn't you take this route? It's left us totally exposed. When you're driving, Doc, you can make the decisions. But right now, shut the fuck up! Ja, da macht sogar ein Panzerschlapp gegen die schwarze, schwarzes Lochangriffe. So, das wäre dieser Panzer. Das ist immer schön, wie der Panzer genau dann explodiert, dass er rauskatapultiert. Und da haben wir ihn schon. Also, wie man schon sieht, ich habe es nicht unbedingt immer mit dem Bonus ziehen, weil ich einfach nur verpender zu lesen. Normal wären die wahrscheinlich gar nicht so schwer, ich habe jetzt nur nicht geguckt. Und da haben wir ihn schon. Und da haben wir ihn schon. and da haben wir ihn schon. Aber das wäre essay so schwer, ich ver Mathias. Das soll jetzt beeindrucken, oder? Das soll jetzt sein. Das wären dann alle bis auf den Panzer her Den holen wir uns auch noch kurz Halt auf, Vater! Vater Guerra! Vater Guerra, answer me! Vater! Vater, wo sind Sie? Sie sind nach der Kirche. Kirche! Komm schon! Komm schon! Vater, wir haben Zeit. Wir lassen Sie uns nicht mehr, aber wir können hier nicht mehr, dass wir uns nicht mehr, dass wir uns nicht mehr, dass wir uns nicht mehr, weil wir uns nicht mehr, wir sind nicht mehr. Wir wollen uns nicht mehr, Wir werden uns nicht mehr. Also diese Blackwatch-Tippen, die achten auch gar nichts, die haben eine Kirche angegriffen und naja, ich weiß nicht, selbst im Weltkrieg wurden Kirchen verschont, weil, naja. Das ist einfach eine moralische Sache. Ich denke mal, es gab zwar in Kirchen noch irgendwie Ausnahmen, aber meines Wissens nach wird es, glaube ich, meistens geachtet. So. Sehen wir uns das hier mal an. Jetzt müssen wir doch wieder jagen. Ist ja nicht weit. Und das war auch schon der Stanley-Kater. So. So. So you need to unfuck the situation, we can't stop. Yes, Sir. Situation will be unfucked. So. Jagdziel abgeschlossen. und die, äh, ich denke, wurde jetzt angenommen, die Mission, die folgen wir.